neue runde neues glück mal sehen ob ich diesmal wieder so lange im ladebildschirm bin mir ist immer noch kalt mir ist immer noch wahnsinnig kalt wahnsinnig kalt ist mir ist kalt hallo kruzifex und räucherstäbchen trotz mist dreck bist du hier ist die türen offen bist du hier 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 ist hier jemand geht klar kill a line kill a line la 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 mit hier sie oder Oh, da war's ja. Dies hat gekrochen. Das ist gekrochen. Das hier ist dort hinten. So, kann ich nicht nach oben gucken. Das wollte ich auch gerade machen. Okay, da gehe ich halt hier rein. Hier vorne gehabt. Ja, das ist so hier drin. Das kam gerade von hier hinten angekrochen. Von hier hinten. Okay. Schreibt bitte ins Buch. Buch? Buch. Da habe ich meine Füße drauf. Hm, eine Dickebox. Das ist schon mal weiß nicht was. Ich glaube nicht. Papa, hast du unten noch Holz? Hast du unten noch Holz? Ja. Kannst du doch mal bitte mal ein bisschen was holen? So. Schreibt bitte ins Buch. Schreibt bitte ins Buch. Nee. Booster die Kerze aus. Kerze? Ja, mach nur die Tür zu, damit ich nicht mal hier reinkomme oder rauskomme. Ich hatte die Tür nicht zugemacht. Die hat ja bloß gesungen. Ach, der steht ja drinnen. Ich habe keine Fingerabdrücke gesehen. Ich bin dann neulich vorbeigegangen. Habe ich nie gesehen. Wir müssen das Schauken... Nein! Oh. Oh. Am Tisch... Achtung! Ach, dort! Ja! EMF kann es nicht sein. Na, der Fingerabdrücke auch nicht. Es könnte ein Geisterbuch sein, es könnte eine Gefriertemperatur sein und in dem Zufall gedotzt. Oh, gedotzt. Gedotzt! Okay. Ist gerade hier an der Einen Wand lang gelürfen. Geh mal das Licht ausmachen, sodass man es besser sieht. Nein, brauchst du nicht, ich habe es gesehen. Okay. Ein Yokai. So, was brauchen wir noch? Wäre den Geist ab und... Oh, läd mich doch immer. Das Bett ist ja auch. Haben wir alle eingetragen? In der Leib? Ich auch. Dann mache ich zu. Was? Was? Meine Hand? Da hängen meine Hand doch an der Taschenlampe fest. Was ist denn das für ein Totenschädel bei dem Einen? Ein Schädel? Ja, aber wenn ich hier die Map-Auswahl habe, habe ich unten bei dem Einen Totenschädel drauf. Hm. Wer weiß. Vielleicht ist das eine neue Map. Also ein neues Event oder so. Hast du dich? Schäu. 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 Schäu.